Lexi bestellte es sich immer als extra dazu, da mochte der DeVito-Verschnitt noch süpikiert reinschauen angesichts ihrer Auswahl. Während sie alle auf das Essen warteten, sprach Joan Jones unentwegt über seine Fleisch- und Wurstpalette. Neuerdings habe ich sogar südafrikanische Burrburs im Programm. Läuft gar nicht mal schlecht, sage ich Ihnen. Ohne die Hand vorzuhalten, stieß er geräuschvoll auf. Ich denke jetzt über eine Afrika-Serie nach. Tatsächlich wäre ich der einzige Fleischkonzern im ganzen amerikanischen Osten, der eingelegte Zebra-Steaks verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei haben die Viecher unheimlich gutes Fleisch. Geradezu unverschämt lecker. Besonders mit Barbecue-Soße. Und Krokodilfleisch ist auch gar nicht mal so übel. Vielleicht als Tew. John Jones lachte und trank noch einen Schluck Bier. Ah, da kommt das Essen. Er rieb sich die Hände. Erleichtert konzentrierte Lexi sich auf ihre Ente. Wie erwartet stimmte einfach alles an dem Gericht. Es duftete herrlich. Sie spießte eine der hauchzarten Orangenscheiben mit der Gabel auf und führte sie zum Mund. Genau die richtige Mischung aus Süße und Säure, gepaart mit einer feinen Zimtnote. Miles begann Jones, das geplante Bauprojekt zu erklären, während John den riesigen Fleischbatzen maltretierte. Er hatte eine doppelte Portion Steak bestellt, die den Teller, auf dem es lag, winzig wirken ließ. Mit weitausholender Geste schilderte Miles Walters seine Ideen für das Gebäude. Lexi hatte mit ihrem Kollegen Sascha wochenlang daran gearbeitet. Jetzt allerdings saßen Sascha und Lexi schweigend mit am Tisch des Edelfranzosen Le Signet Noir und nippten an ihren Weingläsern, während Miles alles genau beschrieb und das Lob für die Arbeit einheimste. Für Miles Walters zu arbeiten, bedeutete gewissermaßen ein Schattendasein. Viel Lob für ihre Arbeit bekam sie nicht. Und das letzte Wort hatte immer Walters, der nur seine eigenen Ideen gelten ließ. Kreativen Freiraum gab es in diesem Architekturbüro so gut wie gar nicht. Was Lexi ziemlich bedauerte, aber hinnahm. Denn Miles Walters war nun mal der Chef und ein Attraktiver noch dazu. Ganz klar, dass er in seinem eigenen Büro nur seine Ideen gelten lassen wollte, redete sie sich immer wieder erfolgreich ein. Seit Lexi vor zwei Jahren in der Firma angefangen hatte, war sie völlig von ihm hingerissen. Seine charmante Art, sein Auftreten, sein Aussehen. Mit den dunklen Haaren, dem muskulösen Oberkörper und den blitzenden blauen Augen war er eine Augenweide. Dieser Mann war einfach perfekt. Sascha schaute zu Lexi herüber und drehte die Augen gen Himmel. Obwohl er schwul war, war er gegen die männlichen Reize von Miles völlig immun. Ihn störte allerdings immens, dass der Boss immerzu die Früchte seiner Arbeit einheimste. Da er jedoch als Grafikdesigner offiziell kein Architekt war, wenngleich er oft als solche eingesetzt wurde, konnte er sich nicht darüber beschweren, wie es nun mal bei Miles & Company lief. Sie werden sehen, dieser Entwurf wird Ihr Fleischimperium eins zu eins widerspiegeln. Ich habe lange daran gearbeitet. Es war ein intensiver, kreativer Prozess, sagte Walters gerade und prostete Jones zu, der sich just in diesem Moment ein riesiges Stück Steak in den Mund schob. Walters trank einen Schluck Wein. Ob Jones wohl wusste, was ein kreativer Prozess war? Der Mann wirkte jetzt nicht wirklich beeindruckt, wer da so vor sich hinschmatzte. Ein Burger bei Shake Shack im Madison Square Park hätte ihm mit Sicherheit genauso gut geschmeckt wie dieses Luxusmal. Also, mir ist besonders das Schild mit dem lachenden Hotdog wichtig. Damit die Leute wissen, dass das Fleisch bei uns gut ist, sage ich mal. Da kommt so richtig was rüber, wenn Sie verstehen, was ich meine. Jones sprach mit vollem Mund. Nicht, dass seine Aussage mit dem eigentlichen architektonischen Teil der Arbeit irgendwas zu tun gehabt hätte. Hier hatte man sich auf ein klassisches Konzept geeinigt, das das Standardprodukt der Firma war. Klare Linien, dezente Farbgebung, beruhend auf Weiß oder einem Grauton. Im Falle der Fleischfirma war man sehr weit gegangen und hatte ein zartes Braun als farblichen Akzent zu den cremeweißen Möbeln gesetzt, die in den Büros dominierte. Jones war nämlich ein reiner An- und Verkäufer ohne Schlachterei. Umso wichtiger war es ihm natürlich, vor dem Kunden als Qualitätslieferant dazustehen, was er sich von der lachenden Wurst erhoffte. Klar, dass Miles Walters da ganzes Engagement zeigte. Der Wunsch des Kunden war einfach Befehl. Das, Mr. Jones, kriegen Sie selbstverständlich. Ich sorge persönlich dafür, dass der Hotdog so richtig sympathisch wirkt. Und außerdem bauen wir mit ökologisch Einwand.